Umbau da stehen Sultana die Sack ich habe die schon 50 mal ließen gehen wir ob wir jetzt in der dritten Runde sind die Spritze reingesteckt das ist jetzt schon dreimal tot das ist noch nicht einmal die Spritze reingesteckt ja doch von hinten habe ich die Aure Schutzwesten ja also steckst immer von hinterher der Aure Schutzwesten ist total niedrig ne ihr hättet euch mal neue Schutzwesten kauft ja noch 52 weil der Sack mir die ganze Zeit dagegen läuft das bringt das zieht gar nichts ab und vorgesehen ne weil Jason mich gerade geboxt hat da ist ein heftiger Junge no no don't wir wollten nur mal sagen also das war ziemlich anstößig von dir Christoph dass du mich von hinten dass du einfach hin von hinten reingerammt bist mit der Spritze ja ja eben mit deiner kleinen Spritze das wissen wir doch alle du wärst schon wieder am Arsch du wärst schon wieder am Arsch aber nur du er brennt am Arsch ich seh das nicht einfach entweder von vorn oder von nach am Ende der Runde gucken dann brennt er andauernd weißt du was einfach die geilste Werbeaufschrift im Osten ist Rammarbeiten Rammarbeiten äh Kunibert oder so hieß der Rammarbeiten weißt du das ist so geil da müssen wir mal Exiton nachfahren ne die machen Rammarbeiten im äh irgendwie in der Muritz oder so da hauen die dann so fette Flöcke oder so für Hausbau mitten auf dem See oder so richtig geil Rammarbeiten Rammarbeiten und Kopf ab ah nein doch nicht was Koffern äh ich wollte eigentlich grad zum Zombie den Kopf abschlagen aber okay ging grad nicht ich will einfach mal dafür ordentlich jetzt zum Schutzweste aufzuballern zum Trailer müssen wir gehen und aus dem sind da noch sechs Typen hier da war noch einer da war auch noch einer hä äh 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 gegen die ich will ich noch eine ordentliche Waffe konnte Wurkopf habe ich doch schon lange ich höre was noch einmal Wurkopf 1 ich habe es besser gehört hat immer gut ja die habe ich ich habe es perfekt ich glaube wir haben schon vorbei ja die Idee ja das das nachwachkommens Kometern aber muss er ganz unten unten rechts ist das Erkaufen ne oder Chris auf jeden Fall was denn nein Schutzweste so das Unrecht der Erwartung oben Warte runter ich habe alles aufgeführt ganz recht in einer Lagerstunde das sein runter ja da perfekt war ähm irgendwie finde ich das Spiel ein bisschen zu leicht das ist aber auch offen leicht gemacht also ist es nur so leicht weil wir nicht die ganze Zeit heulen die ganze Zeit von Monstern fernhalten was warum es so leicht ist weil ich so selbst aussehe wie so ein Monster dieser komische Kerl hier und die greifen mich deswegen nicht an und ich kann die einfach alle Montag sozusagen ähm verdeckt ausschalten weil die nicht wissen dass ich zu euch gehöre bis jetzt zu euch ne eigentlich gehörst du ja auch gar nicht zu uns du gehörst zu irgendeiner anderen Spezies die man leider nicht töten kann in diesem Spiel Junge ich sollte eigentlich Feuer löschen irgendwo jetzt in der Pampa oder so ja auch bei irgendwo ein paar Ziegenhüten was? irgendwo Ziegenhüten wie hieß immer die Firma Chris? welche? die wir eben auch gegeben haben wir installiert Hackmed GmbH ja genau Hackmed GmbH ja genau Hackmed GmbH Ziegenhüten die Alba, die sie ziehen ja genau ja noch ab dax-Adi muss ich mir gönnen oh nein ahhh wir dürfen gerne helfen Wollte ich mal sagen. Das ist Philipp Opper getötet. Philipp, tut mir leid. Philipp Opper war immer ein guter Kollege. Philipp, tut mir leid, es ist soweit. Hier ist endlich das Spiel raus. Der Zeitpunkt ist gekommen. Ich werde da mal wissen, dass Volkan Willi mal ein bisschen gekippt wird. Eine Runde oder so. Sehr gut. Kann man irgendwie hier abstimmen? Ah, jetzt ist der Kopf abgefunden. Ja, das ist nicht doch schön. Jason, du holst mir gleich an, als gekültes Becks. Nö. No green lemon ice, das möchte ich noch fragen. Weil es mir einfach, äh, weil es einfach, äh, tief in die Kehle hineinragt. Was ist das denn für ein Monster? Schieß es ab! Das heißt theevilpc.com irgendwie. Nein, evilpc! Töne ihn! Da gibt's keine Mutti mehr! Nein! Mit so einem Tropfen sollte man einfach schnell per du werden. Den sollte man auch immer im Haushalt tragen. Und es sollte auch wirklich Bier draufstehen, dass man weiß, dass das Bier ist. Und die Scheibenreiniger oder so. Und die Scheibenreiniger oder so. Aber das Spiel kannst du ja sogar mit der Standardpiste gewinnen. Wir haben verrissen das. Das Spiel kannst du auch mit dem Lenkrad spielen oder so. Ja, das kann ja... 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 Ja, das ist ja noch die leichte Schmerz. Ja, leider dafür ist Philipp nicht qualifiziert genug, deswegen kann man das nicht schaffen. Was geht das so eigentlich? Das ist glaube ich noch nicht nachverdient oder so. So richtig... Was? Wenn du noch länger erlebt hast, dann wirst du zu richtigen Schissperröcke. Leider, Lass mir den, Lass mir den, ich will mit dem Katana. Danke, Philipp. Ja, denkst du Philipp, die die auf die Entfernung getroffen? Ach nee, hätte eher an Philipps Bosch halt gedacht, aber okay. Von der Fortschritt her ist nur da ein sauberer Schuss mit der linken von meinem Double... äh... Wir sind also noch mal die... Wie heißt die ... in die Nase genommen? Lebst einfach nach dem Motto eines Apfels. Morgen, wenn du aufwachst, immer schnell nach oben. Ja, bitte... Ja, vielleicht... Schitz auch in meinem Kompost, wenn dir langweilig bist. Ja, ich bin mir schon einmal. Und das war hier zu groß für dich, das war zu groß für dich. irgendwie ist er steigen meine skills nicht an guck mal bei euch bald perks ich hab gehört die Chills auch mit Schwelli und so ab ja und Mille Schwelli und Mille ey das sind einfach die perfekten Meton-Mischer Hubert Schwellenberg Schei es gibt auch H. Wullengeert Wullengeert Chriselauf Chriselauf so ja ok auch hier ist ein schönes Team hatte Watterwatter und der Körbe der Körbe der die ihr mehr ich bin so großartig das ist einfach nicht drauf das bin ich bin einfach der Master und können mit der verzehrten Stimme und so nicht so tief Doch. Nö. Werner wirft schon wieder Granaten auf die Tür. Hör auf! Laut und tief kann ich. Und lang. Mach das auf. Nö. Mach mir einfach zu blöd. Du bist zu blöd. Ich bin einfach zu blöd. Du bist zu blöd. Christoph, hinter dir läuft einer her und du bemerkst es. Du bist zu blöd. Das ist mir einfach zu blöd. Du bist zu blöd, habe ich gesagt. Ja? Reicht's hier? Perfekt? Nee. Wäre ich nicht gewesen, wäre es jetzt tot. Wir wären noch nicht einmal gestorben. Also wir nehmen schon... Ich bin der Sparfuchs. Wir nehmen schon 23 Minuten auf, ne? Was? Wir nehmen schon 23 Minuten auf. Es ist hier mehr ein Wort-Battle als irgendein anderes Battle. Das ist genau das richtige für das Special, ne? Ja. Ja. Ich bin sicher, das kommt dazu. Ich glaub, Klinik weiß jeder Höhepunkt. Also unter Höhepunkt verstehe ich eigentlich was anderes. Du sollte auch ein bisschen glücklicher ablaufen. Also das Spiel ist echt so einfach, dass... Du musst mal aufküsse und du verstehst die Lage gerade nicht. Du verstehst einfach den Sinn meiner Aussage nicht so. So. Er war einfach tiefgründig. Ja, lovely guns. Ja, und Philipp, da wird es ordentlich gemolchelt von hinten, ne? Wollte ich mal sagen. Der Kering mit dem Kopf in der Decke. Ich will nur noch ordentlich ein Waffe auswählen. Boah, die Fett. Geht richtig auf. Wie? 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 Du kannst dich dann doch mal auf einmal... Das war ein Mal halt. Danke. Du siehst, ich bin mal leer. Christoph, drück mal Tab. Guck dir mal die Kills an. Ja. So. Tast. Drück mal... Du sagst 80 Kills. Und ich habe 182. Mein Arsch brennt schon wieder. die von Anfang an die richtige Waffe genommen werden die Doppelbezahl der Anleitung schicken Kitzel das ist ein Leben in Katana mit dem Katana Warte 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 Katana ich habe schon zwei Mal geschossen wo ich habe ich kein Bock mehr das Spiel ist so einfach es ist einfach mal so spricht was gehört er hat Pech hier im Spiel trifft einfach nur zu du hast einfach nicht das können ey die letzte Waffe haben das können aber ich habe einfach ein leichtes Pech die es in dieser Runde schon gehabt weil ich wurde einfach benachteiligt wieso? wolltest du doof hast den Shop zu finden? nö den hab ich extra nicht er hat den Shop extra nicht benutzt will er mir jetzt hier verklickern nö weil ich schon alles voll am Mund hatte ah so naja deswegen du willst die ganze Zeit nur mit der Standardpiste rumlaufen ja klar das wird mir gereicht so, tut zu ey mal voraus er weiß eh nicht wie die Tür aufgeht er kann nur Granaten werfen eh kann er nicht drücken so, tut zu wir gönnen uns jetzt ein paar kills und er kann also den Schmoren was machen wir nicht danach fiesersack hä? fiesersack schwach hinterlässt ist drecks schon ein ich werd nicht kill ich werd hier die Kehle aufschritzen mal ein kleines CS Battle machen dann brennt Marsch brennt schon wieder ich seh das auch nicht brennt Chris wieso siehst du weißt du es ist mir einfach so egal ich werd jetzt einfach gar nichts mehr sagen ich werd jetzt einfach nur an ähm sehr beleidigt na ich hab mich beleidigt aber ich denk jetzt einfach nur noch an ähm jetzt kommt der eklige Typ ne als Runde 8 von 7 da und dieser kommt hier na 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 wo ist er hin der ist schon kaputt wo ist er hin er bliebt sich immer weg fange sah sah ein blut ja ist ein Auto mit Vorge da Junge, ich wollte doch gar keine Heilung, ist der Scheiße? Ich wollte geknallt, ey. Ich wollte ordentlich knallen. Ja, wurde sie geknallt vom Dicken? Ich hab Agro gezogen, weißt du? Ah, er ist auch nicht down. Oh, der Schuss war schön. Ja, und ihr Halt, ne? Nee, Arnting war's. Bei Double Pistol geht der Double Shotgun geht das am besten mit. Hm, wie viele Kills? Da hast du schnell weggeklickt, ne? Ja, ich bin einfach die Fieber und ich bin einfach... Das ist eine grottige Statist, den konntest du nicht mehr sehen. Ich bin einfach der Albaner und das... Äh... Ich bin einfach... Ich meine es doch nicht. Hä? Ich meine es doch nicht. Das ist immer eine Statistik, ne? Ich hatte 188. Oh, okay. Und ich hatte 172. Okay. Okay, das passt gut in zwei Folgen rein, ne? Also... Das war jetzt das zweite Spiel, was wir gespielt haben. Killing Floor. Ja, ja. Bis denn? Bis zum nächsten Mal. Was ist da? Werte 24? Ja? Äh, ich stinke nicht so. Was ist da? Du, ich bin auch am Aufnehmen, ne? Das ist mir, was soll ich spielen. Ist da genau das so weit spielen. Irgendwie was geiles können wir nicht irgendwie, äh... Sag schnell. Genau, nur so so in der Ecke. Sag schnell, irgendwie was. bis die die Postel oder so dann wäre es hier gleich okay wenn ich jetzt war sehen wir uns dann Tschüssi